Film doch schon. Film doch schon. Entweder rein oder... Jetzt auf die roten Platten und dann Burnout, Alter. Geht echt ab, Alter. Wir haben mir schon echt ein paar Karren verheizt. Die Karre ist so übel. Wie sagt ihr das? Und es riecht nach Gummi. Aber die Karre geht echt ab. Alter Schwede. Glaubst du nicht? Und mein nächstes Auto... Der hat die Power, oder? Da ist der noch ein Scheiß gegen Oren. Da geht der noch viel mehr ab. Und der musste mal die Viertelmeilen Ränder mitnehmen machen. Weil der erstmal Reifen vor... Ich will mal Beifahrer sitzen. Ja, pass auf. Halten wir an. Gerrit, lass ihn mal Beifahrer. Er will noch einmal Granate geben, Alter. Und dann mach aber mit Burnout. Und dann Granate. Warte. Ich hab's hier abschneiden. Ehhhh. Bro. Und jetzt Feuer. Ja! Ja! Das ist eine Granate, ne? Das ist eine Granate, ne? Die Jägerett macht stopp! Hast du irgendwie Chiptüte oder so dazu oder? Oder wollen wir spielen?